Alle dachten, dass 2020 ein Seuchenjahr war. Nun wissen wir, 2021 war auch nicht besser. Aber hey, nicht alles war schlecht. Ich bin zum Beispiel Papa geworden, was zumindest für mich das größte Ereignis war. Und auch sonst ist viel passiert, vor allem hier auf Bazzle TV. Silke und ich haben über 100 Videos veröffentlicht und besonders freut uns, dass wir über 4000 neue Abonnenten begrüßen durften. Wahnsinn. 2022 werden wir mit vollem Elan weiter daran arbeiten, euch tollen Content zu bieten. Aber bevor wir ins neue Jahr rutschen, werfen wir einen Blick zurück, denn bei der Aufzeichnung unserer Videos klappt natürlich nicht immer alles auf Anhieb. Und daher haben wir ein kleines Outtake-Video zusammengestellt und entlassen euch mit diesen lustigen Pannen ins neue Jahr. Wir hoffen, ihr bleibt uns auch im nächsten Jahr treu. Im Namen von Bazzle TV wünsche ich euch einen guten Rutsch und ein gutes Jahr 2022. Und nun, Film ab! Alle Infos zum Lego Education Spike Prime Set bekommt ihr von mir in der neuen Folge Bazzle TV. Die Montessori- Für uns heißt das jetzt Hans. Jetzt wird es nichts mehr. Okay Google, deaktiviere den... Oder gebe der Klasse vorab Materialien aus, denen sie... Ich kann das nicht lesen. Ich kann das nicht lesen. Ich kann das nicht lesen. Oh Gott, ich habe mir das ganze Lager noch gar nicht durchgelesen. Na. Lu, Lu, Lu. Macht so Spaß. Oh. Komm zurück. Oh. Okay, da bin ich wieder. Auch schon zu Spiel Nummer 5 und das ist, weiß ich nicht. Hört sich gut an, wird euren Kindern garantiert Freude machen. Okay, stopp. Wenn es sich mit eurem Alltag vereinbaren lässt, fragt die Erwartungen.